ja hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown daily shop news und combo masteries mit mir immer gleich wir schauen in mamas altmutche geheimliche tulle rein da haben wir die mythical dealer ja ist eine farmable kann man auch über die super epic packs bekommen hier eine neue tire box da muss ich natürlich dann gleich mal schauen evening beer day beer tasting lois griffin dinner date front l a r p bartenders not francine smith beer funnel peter lass mal hier reinschauen dinner date front haben wir da irgendwas neues never have i ever und so weiter kennen wir alles schon also ganz normale standard kombos okay brauchen wir nicht weiter durch zu gucken und hier meine fresse das sind natürlich kombos die sind ja wirklich oberknüller hammerhart hier haben wir evening beer day schauen wir mal ganz kurz was der so drauf hat evening beer day das ist hier diese da am andale müssen wir natürlich mal runter in die mythic version alter wie viele kombos gibt es dafür das ding beer tasting 23 punch 18er mauer 20 lämen 23 angriff das ist gut das ist 46 im first hit schauen wir mal mein jaleb 45 dinner date front 45 l a r p bartenders not 48 48 beer festival 43 power tucket patriot 11 45 party in a beer tank 44 wodka beer 41 spring break shots 40 wine trio 44 absinthe 40 reais und 48 cup cup mois annau 40 das ist nicht ganz so viel 36 jane米 schnaps 43 und 40 maltesa aber ich weiß ja in der mythic version deutlich viel mehr maltesa liqueur 44 Сейчас beer 43 ob approi 40 Sandara über 40 standard cocktails 30 40ängt oder 30 wir maltesalig kumpel 48. Und wieder mal Thunder Cocktails, die stärkste hier. Wine Bucket 39. Ja, das ist natürlich schon mega geil, wenn man da 10% drauf rechnen kann. Alter Vater, die Combo ist richtig nice. Dann geht's weiter mit Beer Funnel Peter. Das ist diese da. Beer Funnel. Na komm schon, reagier. Beer Funnel Peter. Gucken wir uns den mal an. So. Combo kommt. Hier, Peter. Dann kommt auf der rechten Seite viel Schild für alle raus. Verhältnismäßig. Kriegst Leben mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. Und Cheers. So. Dann das Ganze funktioniert hier mit Beer Tasting. Mind, Chalap, Dinner Date, Front. Und mit dem Bartender's Not. Bier Festival. Wodka Beer. Wine Trio. Welcome Mojitos. Braubier. Malteser Likör. Kleins Bier. Thunder Cocktails. Wine Bucket. Hier unten die Werte sind natürlich Oberknüller mäßig. Mit der Mythic Version. Spiele ihn auf jeden Fall ziemlich gerne. Jose Servo. Auch eine Combo, die ich gerne spiele. Jose Servo. Gucken wir uns die mal schnell an. Hier ist der Jose Servo. Jose. Mit einem Bender Spring Break Shots. Und er kommt auf der rechten Seite. Jetzt können wir eigentlich jetzt hier mal maxen. Ne. Ähm. Ja. 35. Hier sind es 40 sogar. Mit Jelly Bean Schnaps. 35. Mit Welcome Mojitos. Thunder Cocktails 46. Mal wieder sensationell geil. Dann sind wir auch schon bei der Mythic Version. Die ist natürlich auch Hammer. Also hier. Jose Servo lohnt sich auf jeden Fall da ein paar Prozentpunkte drauf zu bekommen. Hier haben wir den Evening Beer Boomhauer. Und auch den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Evening Beer Boomhauer. So. Und das ist der da. Und ja. Ist ein Boomhauer halt. Mit diesen ganzen Kombos. Wieder mit Beer Tasting. Also jetzt kommen wir mal erstmal rüber. Ähm. Du kriegst 23 Angriffspunkte mit hinzu. Wenn eine Combo gespielt wird. Passt Cheers. Und hast Schild. Ähm. Funktioniert mit Beer Tasting. Mein Jale. Dinner Date Front. Bartenders Nord. Bier Festivals. Spring Break Shorts. Wine Trio. Absinthe. Jelly Bean Schnaps. Welcome Mojitos. Thunder Cocktails. Und Wine Bucket. So. Dann kommen wir zur nächsten. Die ist halt auch mega krank. Hangover Nightmares. Nightmares. Ist eine. Ist schon eine. Äh. Defensive Combo. Und normalerweise stehe ich nicht so auf defensive Combo. Aber Hangover Nightmare ist schon nice. Schauen wir uns mal Hangover Nightmare an. Ähm. Das ist das da. Gehen wir gleich runter in die Mythic Version Stewie. Ja gut. Gemaxed muss das jetzt natürlich nie sein. Also das wäre ja. Utopisch. Ein Mythic Stewie gemaxed zu haben. Mit Beer. Ja gut. Gucken wir erstmal rüber. Da hast du hier. Du hast Entführen. Du hast Blutsauger. Also Hijack. Leech. Und Revanche. Entführen. Blutsauger. Und Revanche. Und davon echt massig. Ne. 17-fach Entführen. 29-fach Blutsauger. 26-fach Revanche. 17 Angriff. 85 Leben. Das Ding ist mega geil. Mega OP. Sieht auch schon psychisch gestört aus. So ist auch die Karte. Bier Festival. Bartender Snort. Dinner Date Front. Mein Jalap. Beer Tasting. Personalized Beer. Max Lubeck. Oktober Brau. Thunder Cocktails. Braubier. Wine Bucket. Wodka Bier. Und Wine Trio. Schön ist bei den ganzen Dingen. Es gibt viele Kombomöglichkeiten. Und dadurch wird das Ganze doch sehr sehr attraktiv. Tropical Drinks. Das ist die nächste Kombo, die wir uns reinziehen werden. Das ist diese da. Tropical Drinks mit einer Lila. Gehen wir gleich auch wieder runter zur Mythic Version. Hier haben wir Bodyguard. Wir haben Revanche und wir haben alle Lämen. Und 14 alle Lämen, Leute. Das ist. Also wir haben. Also die Lila entwickelt sich für mich zu einer Cripple All Lady. Kann man so sagen. Ich meine, ein gutes Beispiel ist jetzt hier Tropical Drinks. Dann haben wir auch die Katz. Alter, die Katz ist mega krank. Hat auch irgendwas so um diese Werte da. Und das ist schon massig. Hier gehen wir mal rein. Beer Festival L.A. Also Bartender's Not. Dinner Date Front. Mind Jalap. Beer Tasting. Malteser Liquor. Thunder Cocktails. Wine Bucket. Wodka Bier. Wine Trio. Braubier. Und das ist hier. Joa, ist mega geil. Ist auf jeden Fall eine gute Kombo. Definitiv interessant hier. Diese Box aktuell. Auch wenn mir Francine Smith wieder mal überhaupt nicht zusagt. Und eine Lois Griffin mag ich eigentlich auch nicht. Da haben wir schon ein großes Problem. Wir beide. Die Evening Tire Box und ich. Weil ich nämlich die Charakterkarten nicht haben will. So. Nichtsdestotrotz hier. Beer Funnel Peter ist garantiert immer mit dabei. Bis zu 700 Gems hast du 600 legendäre Steine. 300 Gigiwatts. 6 Forschungsbeschleuniger. A 8 Stunden. 3 Puls. So wie bei einem Sonderangebot. Bei einer normalen Box. Und 2 mal den Level 1 Beer Funnel Peter. Und der alleine. Hier hinten kommen wir dann. Was kriegen wir da? Da kriegen wir dann eben das Ding da. Diese Evening Beer Dale. Was ist denn da, wenn man die nur einmal hätte? Und was ist, wenn man die zweimal bekommt? Schauen wir mal hier rein. Ja. 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 Beer Funnel Peter. Gucken wir uns hier nochmal ganz kurz an. Wenn man den zweimal hätte. Hat er auch schon recht ordentliche Werte. 10,39. Ist schon ganz gut. Also definitiv ein Pulvert. Dann haben wir hier die Spring Tire Box. Weil es ist ja noch der Spring Clash. Hier mit Bender, Stuckling, Scuddles, Luan, Platter, Stinger, Suck, Sand, Münzen, Lois, Griffin, Chris Cross, Applesauce. Und diesen ganzen Kombos da. Haben wir die. Also lohnt sich eben jetzt für diesen Spring Clash. Ansonsten nicht so wirklich Peter. Babybender Beer Festival. LARP. Bartenders Not Handkill. Oktoberfest Amy. Und Oktoberfest Lila. Im Mythic Peter Pack. Ist absolut der Ober... Ja, was heißt der Oberknaller? Das kann man so jetzt auch nicht sagen. Aber... Kann man sich überlegen, ob man da mal ein bisschen was rein investieren will. Um zu schauen, ob man da was bekommt. So. Hier die Meisterschaft. Die Daily Combo Masteries am Start. Wir sind jetzt endlich soweit. Gucken jetzt hier rein. Hier haben wir gleich als allererstes den Mission Doctor. Und der Mission Doctor ist da, da. Also, ähm... Das ist der Mission Doctor. Ja, das ist ein Soidi. Ein Soidi, Soidberg. Und das Ganze mit Schulekarten. Also, kommt auf der rechten Seite. Berauscht raus. Leben kriegst du. Und 27 Leben, Alter. Wenn der Combo gespielt wird, 24 heilen. Das ist schon crazy shit, Leute. Ja, 17-fach berauscht. Das ist echt übel. Der Mission Doctor mit der Quarhawk Preschool, mit Joff Community College. Henry Hayberry-Bader, Professor Lerner, Dr. Banjo, Principal Shepard, Professor Baxter, Mr. Front, Neil Goldman, Stuffington Academy, Mrs. Labon Student Lucky, Dr. Cahill, Wozniak Nerd Academy und die Bending School. Ja, ganz ehrlich, ähm... Wenn ich jetzt genügend Gems hätte, würde ich sie investieren. Diese Combo ist auf jeden Fall geil für die Leute, die den Soidberg haben. Ich bin jetzt kein, ja, kein Pay-to-Win-Spieler. Deswegen mache ich es nicht. So, dann haben wir die Fnatic Peggy. Und hier schauen wir auch mal rein in die Fnatic Peggy. Das ist diese da. Und wie ihr seht, das Ganze geht maximal auf grün. Das ist der Touchdown-Tanz. Ansonsten das Kuga-Football-Team. Und Leute, das ist ja wohl lächerlich. Aber gut, ich bin... Mir macht das nichts aus. Sollen sie von mir solche Kombos reinballern. So, dann haben wir hier den Tree. Und... Ja. Ich werde mir da jetzt wahrscheinlich was holen. Ähm, der Tree. Ja. Wir schauen uns den jetzt mal an im Detail. Das ist der hier. Tina mit Fart School for the Gifted. Mit einer Mauer, mit Heilen und mit Leech. Und, ähm, also mit Blutsauger. Hier unten geht es nochmal mit Red Skirt, Blue Skirt. Ist auf jeden Fall, äh, ja. Ich werde mir jetzt mal 1000 davon holen. Weil das Ding hat mir schon so oft... Ich habe die schon so oft gespielt, den Tree. Weil, äh, ich die Fortschule für Hochbegabte oft im Deck habe. Und die Tina sowieso. Und zum Heilen ist das Ding halt echt cool. Ja, ich werde mir den jetzt holen. Und, ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir gleich sogar mal gucken, was da rausgeht. Dann haben wir Skydiving Hank. Und Skydiving Hank ist das da. Ähm, mit einem Planet Express Schiff. Oh, wenn wir den mal maxen würden, jetzt hier. Maxed out. Ja, 19-fach, also 19 Angriffspunkte mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. Aber es ist eben erst dann, wenn eine Combo gespielt wird. Wir haben es vorhin beim Mission-Doktor gesehen. Der kriegt schon fast genauso viel, äh, jede Runde auch ohne Combo zu spielen. Und hat noch andere Effekte, noch Heilen und so weiter mit hinzu. Gut, es ist eine Mythic, aber trotzdem. Ja, ähm, ich würde das jetzt nicht machen. Ich würde da jetzt nichts reinpänen. Ich meine, ihr könnt euch das überlegen. Ähm, ich glaube beim Space Clash ist der mit... Nee, ich glaube, der ist noch nicht mal da mit dabei. Ja, dann lohnt es sich nicht so wirklich. Also, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Ich muss jetzt erst mal schauen hier hinten. Ähm, ja, da ist ein Ausrufezeichen. Und das passt doch perfekt jetzt gerade hier rein. So, was habe ich denn da jetzt aktuell überhaupt drin? Aktuell die Claw Plash. Habe ich mir gegönnt. Und jetzt kommt der Baum rein. Und dann sehen wir auch gleich, wie sich die Werte verändern. Alles eins mehr. Und vier Leben mehr. Also, das sieht man jetzt hier. Zwölffach Mauer, 13-fach Heilen, 14-fach Blutsauger, 13 Angriff und 45 Leben. Ähm, sieht natürlich alles ein bisschen anders aus, wenn das Ding komplett gemaxt ist. Also, schätze ich, werde ich dann haben. 15-fach Mauer, 16-fach Heilen, 17-fach Blutsauger, 17-fach Angriff und da unten die Lebensanzahl geht weiter hoch. Ja, wenn euch das heutige... Achso, habe ich das schon gemacht. Also, jo, wünsche ich euch noch einen schönen Freitag. Wochenende ist bald da. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.